Ich weiß nicht, ob es One-Man-Squad schlauer wäre. Entweder glaube ich muss man wohin springen, wo gar keiner ist, damit man ein roses Game aufbaut. Oder man muss wohin springen, wo ganz viele sind, damit man nicht mit einem Team contestet und die, die einen direkt weg machen. Weil ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass hier nur ein Team hingeht und die mich dann direkt hofft, weil die halt nur Fokus auf mich haben. Ich hoffe, hier sind es zwei Teams oder gar keins. Nein, ist es auch ein Solo-Player? Okay, oder was ist das? Ne, der dreht um tatsächlich. Okay, die kommen also nochmal hierher. Das ist frech. Boah, die Wester hat ihn ziemlich gerettet, muss ich sagen. Der hat ziemlich viel ausgehalten noch und hier lag sogar noch eine K. Ich glaube aber, dass bei Yellow noch was war. Ich bin mir nicht sicher. Werden wir, werden wir gleich sehen. Wenn dann gleich was angepusht kommt, dann ich instant dead bin. Das ist das. Das ist die erste Morgen. So, einen Moment. Ja, so, dann geht's mal weiter. Ja. Ja, aber wir haben schon mal eine, äh, eine AR. Also immerhin. Und eigentlich, immerhin. Immerhin. Die Drohne hier zu springen wäre auch ziemlich nice. Die 3er-Beste ist sehr slow. Können wir alles gut gebrauchen. Kann man hier nicht rein? Achso, okay. Aber nirgends so 5er, weil... 30 Schuss. Ist jetzt nicht so die Welt. Vor allem nicht an der M4. Aber gut. Ich glaube, die wollen einfach, dass ich 7er spiele. Ja. Ja. Na, es ist ein paar Mal. Ist das nicht klar? Auch gut! Ich glaube, ich kann es nicht so die Welt eines B-Gesetzes. Ja. Was ist nicht mal? Ich kann es nicht nur noch mal an erzeugen, Ich kann es nur noch lange,ças ausein. Ich kann es nur noch mal an dem T-Denden 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 T-Denden. Ich kann es nur noch alles, Neu! Ich kann es nicht nur mit dem. So, dann geht's weiter. Konnte man gerade? Das ist wild. Das ist ziemlich wild, dass man einfach durch die Tür schauen kann. Das ist ja mal lustig. Wir können, glaube ich, hierhin und dann mit dem Zug reinfahren. So, hier liegt jetzt, danke. Aber sonst ist hier auch nicht so viel. Okay, schade. Ich setze jetzt einfach mal noch auf die Bands hier. Hier kommen, das gibt's doch nicht. Ich habe mehr 7er für meine K als für die M4. Wieder mehr 7er, unglaublich. Okay, 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 das Game möchte einfach nicht, dass ich für was spiele. Jetzt aber. Aber war es gerade ein Hangpolster oder was war das? Ah ja. Ja, jetzt liegt hier wieder massig, das ist immer so. Eigentlich würde ich ja gerne Sunny Tasche spielen, um ehrlich zu sein. Boah, die Nate wäre eigentlich wichtig, weil ich war 45, für eine Nate ist auch schon echt viel Platz. Na gut, egal. So, warte mal. So, warte mal, wir hatten hier Schüsse irgendwo, war das, maybe sogar schon hier? Kann so gut sein. Fahren wir mal hin. Mal schauen. Nee, 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 okay, so close war das nicht, dann war das irgendwie Open Field. Dann war das irgendwie Open Field. Oder hier. Aber das würde mich auch wundern. Und wenn da will ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerne reinfighten, dann gehen wir einfach besser irgendwie in die Zone einfach erstmal. Vielleicht finden wir auch direkt ein Auto, das wäre noch chilliger. Ausgerüstet eigentlich ziemlich gut, wir haben eigentlich jetzt alles, was ich gewill. kann man mit dem Fahrrad auch die Dinger hier umfahren? Kann man, okay cool. Boah, ich finde es ja ultra cool, wenn wir einfach uns hier hin gammeln. Maybe sogar vielleicht dahin und einfach die Straße abcampen und warten, ob was kommt. Obwohl ich wahrscheinlich glaube, dass mehr Leute mit dem Zug und diesen, okay, die roten Dinger gibt es hier gar nicht, perfekt, mit dem Zug fahren, weil die jetzt die neuen Sachen ausprobieren wollen. Hier könnte man auch cool warten, so hinter der Kurve wäre auch nice. Ist das unser Stein? Danke. Auch wenn wir nach links schießen müssen, ich mag es irgendwie nicht so nach links die Leute rauszuschießen. Ähm. Mhm. Ähm. Mhm. Mhm. Ja. Jetzt kommt auch schon die Zone. Das ist doch nicht so. Das war nicht gut von mir. Das war gar nicht gut. Wie viel kommt denn jetzt hier auf einmal? Okay. What? Okay, da kam auf jeden Fall eine Menge. Ich würde sagen, wir fahren mal auf Yellow. Ich denke, da werden die... Oh, warte mal. Nee, die haben noch vorne angehalten. Noch besser. Let's go. Let's go. Ich bin sogar hier ziemlich close angehalten. Okay, hier hinten ist auf jeden Fall was. Schade. Dann würde ich doch gerade sagen, holen wir uns gleich das hier. Und dann schauen wir mal. Und das ist bestimmt auch der you are close Typ. Schade. Schade. Ah, und die haben da angehalten. Alles klar. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Schade. Yo, okay. okay, alles klar okay, das war auf jeden Fall ein bot oh, das ist der Joke und ich krieg wieder direkt gedrückt na, ich brauch Money das ist pfff, okay kommt er direkt mit dem BRD an oh gut okay, also hier ist ein ganzes Team das ist ziemlich schlecht ich kann auch eigentlich nicht mehr zurück in den Dude looten weil der BRD wird höchstwahrscheinlich denke ich eh nichts haben aber hier jetzt reinzufahren ist irgendwie auch ziemlich schlecht ziemlich beschissen, weil die mich auch auf dem Schirm haben das ist sehr bad gerade und hier ist auch nichts was ich looten kann weiter das ist wirklich sehr schlecht gegen Baum geschossen er hat einfach gegen Baum geschossen ja, ich versuche mal auf Yellow zu kommen maybe auch wegen Fünfer ich hab ein bisschen die Autos gemisst das war jetzt nicht so strong hätte ich auf jeden Fall einen haben müssen auch wenn die ziemlich geblutet haben oh, da ist auch schon was das ist sehr schlecht maybe hat der ja Fünfer ja aber warte alles klar ja er hat keine Fünfer schade war's dann gehe ich hier nochmal schnell in die City rein und hoffe einfach dass hier keiner ist sonst bin ich RIP oh baby aber warum habe ich keinen Platz 8 Smokes 8 Smokes way too much ne das passt eigentlich ich brauche ich brauche deutlich mehr A perfekt deutlich mehr Platz Boah Boah die Zone kommt so abartig schnell ei ist das krank und hier liegt nirgendwo Fünfer das ist wirklich ne Katastrophe äh ich glaube dann äh bye bye jetzt kann ich zwar wahrscheinlich noch weniger Munition für beides mitnehmen aber dann setzen wir hier in dem Fall einfach auf die M24 und dann auf 4 Munition mal schauen und auf die Nades maybe mal schauen auf jeden Fall war hier ein Auto dann werde ich mal schauen puh maybe hier hin maybe hier den Berg spielen und dann schauen wir mal wie weit wir kommen und dann und dann die jetzt wünsche ich irgendwie, ich hätte das 8fachrecht mitgenommen jetzt habe ich gestorben oh, nice, das war close das war auch close, ach er wurde geflasht, schade ach, schade, schade, aber war ein nicer knock, auf jeden fall da sage ich absolut nicht nein was, als ob ich so wenig, ok, aber wir müssen uns eingehen 110 Schuss plus ein 40er Meg muss dann einfach reichen, nur die Zone kommt schon wieder so schnell, oh boy das ist wirklich was, was ich sagen muss, wow, das ist echt krass, du musst wirklich gucken, dass du immer in Zone kommst schnell genug, sonst bist du wirklich oft schnell gerippt immer nur kurz gucken und gucken, wo ich maybe spielen kann, wie kann ich das hier spielen na, muss ich jetzt schnell machen das ist leider ein bisschen sehr weit weg ich hätte auf den Reds warten sollen, das war ziemlich dumm, ich habe beide gehabt ey, kannst du das Licht ausmachen, bitte? oh, sorry was suchst du denn? oh da hat das 3MG mich gerade richtig gesaved ok, der fährt anscheinend wirklich noch das ist eh komm, überpiekt einfach das Problem ist, ich muss wieder rein ich kann den, glaube ich, nicht mehr looten ja, 96 Schuss, obwohl wir können sogar noch mehr mitnehmen und jetzt fahren wir einfach mit der Karre hier rein und es geht auf Yellow, die Session ist sehr cool und dann verspielen wir von da aus die Shag oder vielleicht auch hier wohin, ich muss gleich gucken, von wo wir gut Intel reinkriegen, auf jeden Fall werden hier die Boys Schillen, die vorhin auf mich geschossen haben deswegen würde ich da jetzt nicht so gerne rein spielen mehr die Richtung hier das ist so bad das ist so bad ja, da hätte ich jetzt doch gerade laufen können oh, das ist sehr schlecht, was ich hier mache das ist wirklich sehr, sehr, sehr schlecht, was ich hier tue oh, die sind Gottseidank so schlecht im Nade werfen sehr schlecht ein kaputter Reifen, schaffen wir das noch hier hin aber da wird wahrscheinlich auch was chillen dann dahin nein, das ist unlucky aber aus der Posi kann man auch einfach ehrlich gesagt nichts weiter rausholen wär ich da geblieben, wär ich RIP gewesen Check hätte ich ordentlich spielen können ich hätte da rein gemusst, ich hätte da rein gemusst oh boy, oh boy na gut, in dem Fall äh, springen wir weiter